Ausgangspunkt bildet die Beobachtung, dass der Mensch mit dem Aufstieg der Lebenswissenschaften zu den Leitwissenschaften des 21. Jahrhunderts mehr denn je zum Gegenstand der Wissenschaften und mehr denn je zum Produkt ihrer Techniken geworden ist, und zwar als ein vielfach gespaltenes Lebens- und Überlebenswesen. Diese Verschiebung zeigt sich unter anderem in der aktuellen Wende zu Affekt- und Emotionstheorien. Der Mensch erscheint hier nicht mehr, wie etwa noch in den 70ern oder auch in den 60er Jahren, primär als kognitives, kommunizierendes und symbolisierendes und auch nicht als arbeitendes, sondern als lebendes, empfindendes und affektives, vielleicht könnte man auch sagen, als ein sich bewegendes Wesen. Hierbei wird aus Perspektive philosophischer Ansätze der Immanenz, Kritik am Humanismus und am Dualismus der Substanzmetaphysik geübt. Diese philosophischen Ansätze der Immanenz orientieren sich ihrerseits an Konzepten des Rhythmus, der Bewegung, der Empfindung, der Intensität, der Partizipation, an der Vorstellung einer lebendigen Materialität und vor allen Dingen und zugleich eben auch am Wissen der Physik und der Bio- und der Neurowissenschaften. Ist Michel Foucault noch davon ausgegangen, dass sich der Mensch als Wissensobjekt zusammen mit der Ordnung der modernen Episteme auflösen könnte, so ist die endgültige Verendlichung des Wissensobjektes Mensch bislang ausgeblieben. Also das wäre eine These, an der wir, glaube ich, immer noch festhalten würden. Also dass es noch nicht so weit ist, obwohl ganz viel danach aussieht, dass der Mensch sich sozusagen als Wissensobjekt jetzt aufgelöst hätte in dieser Wende zu den Bio-Wissenschaften hin. Die Tagung knüpft an den dargestellten Befund an und vertieft ihn am Beispiel zentraler medienanthropologischer Konzepte wie eben dem Konatus, das jetzt erstmal mit Streben oder auch Streben weniger als Triebe übersetzt werden kann, und der Lebensnot. Konatus und Lebensnot beziehen sich auf die Bewegung von Körpern und auf das Streben des Willens. Sie meandern durch die Geschichte der Physik, der Biologie, der Psychologie und der Philosophie. Was macht ihre Aktualität aus für die gegenwärtigen Versuche? Leben bezogen auf menschliches Leben, Medientechnik, Gesellschaft und Environment, Gefühle und Affekte im Zeitalter des Internets der Dinge neu zu bestimmen und aufeinander zu beziehen. Die Diskussionen um Datensammlung und Big Data haben schließlich offenbart, wie gezielt diese neuen Techniken auf die Frage eben des menschlichen Verhaltens ausgerichtet sind. Konatus und Lebensnot zeigen als Schlüsselbegriffe der Medienanthropologie auf, wie die scheinbar gegebenen Lebensbedingungen von Beginn an als Ausdruck der Sozialität, der politischen Gegebenheiten und nicht zuletzt der technischen Bedingungen aufzufassen sind. Dies macht sie anschlussfähig an aktuelle Debatten über zum Beispiel negative oder auch schlechte Gefühle. So steht Edwali Edelman mit seinem Manifest gegen einen Reproductive Futurism quer zum Optimismus und affirmativen Charakter der Politics of Life Itself, wie sie etwa Rosi Braidotti erst vor ganz kurzem 2014 als Vertreterin eines New Materialism ausruft. Wie fügt sich einerseits die Verteidigung eines Genießens, das, wie Lacan gesagt hat, zu nichts dient und sich der Teleologie ebenso verweigert wie der Zukunftsfähigkeit in die Konzepte des Konatus und der Lebensnot. Wenn andererseits Konatus und Lebensnot als Schlüsselbegriffe der Medienanthropologie, das dem Leben zugehörige Streben als Ausdruck der Sozialität und konzeptuellen Vermitteltheit auffassen, scheinen sie Forschungsrichtungen wie jener der Feeling Braid bzw. Public Feelings Forschung nicht fernzustehen. Diese erhalten mit dem Begriff des Fühlens die Ambiguität zwischen Affekt, Emotion und Gefühl aufrecht, um die Historizität und die sozialen und politischen Dimensionen des jeweils beschriebenen Gefühlsphänomens erfassen zu können. Untertitelung des ZDF, 2020